Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde News über Mario Bros. Wir haben es jetzt mittlerweile halb eins. Heute Morgen, als ich den anderen Teil aufgenommen habe, hatten wir es halb elf. Und ja, ich war nicht wirklich wach, hat man vielleicht gemerkt. Egal, deswegen hatte ich da auch zu dem Zeitpunkt nur einen Part aufgenommen. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Und ja, wir haben somit Welt 4 nun auch beendet. Und ich habe jetzt uns Welt 6 freigeschaltet. Und hoppala, ich habe es hier noch auf Pause stehen. Haha, so. Ja, wie gesagt, Welt 5 haben wir auch schon abgeschlossen. Sodass jetzt ganz normal Welt 6 kommt und danach Welt 7. Und ja, danach schlagen wir uns dann irgendwie in Welt 8 herum. So, machen wir das erstmal frei. Noch habe ich ja genug Sterne. So, was machen wir als erstes? Ja, ja, ich will safen. Ähm, ja, gehen wir ruhig erstmal nach oben. Ähm, so. Ah. So. So. Zack und zack. Ich habe immer, als ich übrigens Welt 6 versucht habe, freizuschalten, boah, habe ich da gefehlt. Von daher, äh, ach du Scheiße. Ähm, ah! Glaube ich nicht, dass das, äh, jetzt sonderlich besser wird. So, ähm, mal gucken. So. Äh, zack. Jawohl. Bäh. Oh, Gott. So. Äh. Hä? Oh nein, oh mein Gott. Ach du fack. Okay. Zack, 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 zack. Schneller, schneller, schneller. Hoppa. Wee. Okay. Äh. Runter? Hoch? Wo do I have to go? Huah. Okay. Ich brauche ein bisschen Anlauf. Es war so klar, dass so mein ist. Hihahahahaha. Moa, ich habe sie. Ach du fack. Juh. Ähm. Äh. 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 Oh. Ne? Ich bin doch nicht gut in so weit. Äh. Willst du mich verarschen? Geh. Da. Da. Hoch. Mach. Was. Aber. Geh. Da. Hoch. Dann ist da wahrscheinlich nicht mal irgendwie was besonderes, ne? Wieder. Oh. Ne. Scheiß drauf, ey. Ähm. Scheiß drauf, ey. Moa. Ja, seht ihr doch. Da war da nichts besonderes. So. Äh. Zack. Äh. Okay. Du versaust mir das jetzt nicht. Du wirst mir das versauen. Äh. Sei mal, Junge. Füllst du mich irgendwie? Wie? Ja. Genau. Hahaha. Ey. Egal. Geh da jetzt hoch. Hep. Sag mal. Willst du mich irgendwie... Danke. Wie jetzt? Jetzt. Wie jetzt? Haha. Ehehe. Nicht euer Ernst. Waa. Warum? Schneller, 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 schneller. Leck. Egal. Schneller. Waa. Oh mein Gott. Oh. 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 Lauf einfach nur. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Nicht. What are you doing? Oh mein Gott. Schneller. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die will ich trotzdem. Ich will die. Halt. Hi. Es ist... Egal. Ha. Lauf. Oh. Ey. Oh. Es ist... Boah. Was müsst ihr mich so hetzen, ey? Meine Güte. Ja, und klar. Ein Wasserlevel. Hahaha. Ist ja klar. Oh Gott. Boah. Gefällt mir die Welt nicht, ey. Die gefällt mir so absolut gar nicht. Was kommt denn jetzt für ein Scheiß? Oh ne. Nicht du. Nicht du. Da. Oh oh. Das muss mir nochmal jemand sagen. Na. Da. 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 Oh. Ne. Ey. Kommt. Ich wollte nicht leicht. Ne. Okay. Ne. Ey. Kommt. Lass mich doch in Frieden. Oh. Na. Ich mach jetzt... Na. Na. Boah. Ist klar. Ne. Oh. Da. Na. Na. Ha. Ey. 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 So. Boah. Nein. Fuck. Falsche. So. Boah. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh. Ich mach euch doch nicht. Deh. No. Fuck. Jetzt aber. Ja, ist klar. Zack. Dammig. Schneller. Da. Da. Sehr. Boah. Keating mir auf die Nerven. Aber sowas von. Ja. Hahaha. Hahaha. Was du kannst, kann ich auch. Hahaha. Ja, da guckst du was. Was willst du noch? Ey. Weg. Weg. Na. Lasst mir meine Wolke. Lass das. Nein. Na. Da. Heiße. Tja. Rein. Ja. 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 Gott sei Dank. Boah. Wenn das schon mal frei ist. Wenn das schon mal frei ist. Na, was gibst du mir? Ähm. Hep. Boah. Toll. Den hatte ich doch schon. In Reserve. Oh. Hat hier jetzt echt voll was gebraucht. Na gut, Leute. Ähm. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit den Videos. Eure Ketan.